Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Star Together zusammen mit der Ria und dem Lerner. Yay! Und es ist schon wieder dunkel. Die Darkness will appear soon. Verdammt, was machen wir jetzt? Ria, die Darkness kommt. Die Darkness. Nein! Oh Mann. Bin ich da? Ach guck, Abby geht's wieder besser. Ja, das sehe ich. Abby macht Licht. Wofür auch mal jetzt hier oben ist das Lager voll ist. Da schadet nicht, wenn wir wieder hier hoch müssen. Da, 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 da. Da, 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 da. Oh, dunkel. Guten Abend. Wir schlafen im Busch. Jetzt kann man hier nachher nicht rum sein. Was ist denn hier los, ey? Ich kann noch kurz in Nacht. So, dann zeigst du mir mal, wo die nächsten Steine sind, ne? Los geht's. Oh, hoffentlich passt es. Hoffentlich passt es. Ich renne einfach weiter. Das ist egal. Ah, passt. Awesome. Die Richtung stimmt. Das ist ja gut. Ich sehe dich ja noch da oben. Ah, hier. Perfekt. Okay. Steine! Steine! Hiho. 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 Wir sind vergnügt und froh. Guck mal, bei dem ersten Stein, wo du gemacht hast, ist das Zeug so schön auf dem Haufen geblieben. Ja. Das sollte immer so sein. Muss ich mal jetzt weiter umbrennen. Was ist das denn da? Was ist das da? Was ist das da? Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Da, links. Was ist das? Das ist, äh, ein Walrus-Camp. Oh, 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 oh. Komm mal her, komm mal her, komm mal schnell her, komm mal schnell her, oh, 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 geil. Komm mal schnell her, komm mal ein bisschen weiter runter. Komm mal her, komm mal her. Ja, 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 ja. Ja, komm mal, los, jetzt komm noch, los. Man, stress mich nicht, Omi. Ja, klau die Eier, los, klau die Eier, ich, ich halte den Vogel ab. Ich weiß schon, dass du gut laufen darfst. Ja, der ist sowieso schon hinter mir her. Oh, da ist noch einer, oh, noch einer, oh shit. Klau noch das Ei, ich renne weiter. Also hier ist noch ein drittes Ei, kommst du rechts noch nach rechts? Ich denke auf den letzten Vogel auch noch ab, ist kein Problem. Ich sehe nicht wo. Oh, hier ist noch ein fünfter Vogel, ja, nein, oh, es hat mich erwischt, es hat mich erwischt, Hilfe. Die tun richtig weh, die haben... Das hat mich schon wieder erwischt, oh, oh. Ich muss, ich muss auch mal ein bisschen weg hier, weil sonst zerlegen sie mir noch Emi, gillt. Ist das entkommen? Ne, ich muss das Ei noch klauen. Ich kann auch nicht entkommen, Moment. Ich muss gucken, wir lassen sich noch nicht stacken, wie viele Plätze du halt noch hast, ne? Ja, ja, alles gut, jetzt haue ich ab. Ich weiß auch immer, wir müssen diese Eier machen wollen, aber gut. Das läuft immer noch hinter dir her, ne? Ich weiß, das läuft noch eine Weile hinter mir her. Ja, wir müssen die richtigen Rezepte machen, ansonsten sind die Eier verschwendet. Ja, ja, die ich lagere mit einfach. Aber wie lange läuft das hinter mir her, ist das blöd oder was? Laufen recht lange. Ja, ich brauche lange Beine. Shit, hier geht es nicht weiter. Au! Was jetzt? Ich habe doch nur einen Stein gekloppt. Ja, und jetzt kämpft Emgele und... Die haben mich jetzt einfach so angegriffen. Ich habe auch nichts gemacht gegen den. Aber dann dachten wir, wenn es mich schon verfolgt, dann kümmere ich euch ein. Wie lange läuft das hinter mir her? Hallo, ich habe kein Ei. Geh weg! Ich habe ein Kind gemopst, ne? Kann dir doch egal sein. Ja, wir lassen mich in Ruhe endlich. Ich bin doch auf dem Weg, dass ich mich schöner als du. Haha, 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 haha. Da hat Abigail zerlegt, die Sau. Hier liegt eine Leiche rum, haha. Oh Gott, die Bisons sind prümpftig. Oh, hier sind Spinnen. Ja, die habe ich auch ganz schön verliebt. Aber denkt daran, die Bisons sind prümpftig, ne? Und die sind bei uns im Lager, das weißt du, ja? Auch im Lager? Äh, wo ist denn der Lager da unten? Ich brauche auf jeden Fall definitiv Futter. Ich auch. Wir müssen langsam mal nach Hause. Ja, die sind auch im Lager prümpftig. Ja, weil ich halt den Zaun noch nicht fertig geschafft habe, ne? Und wenn sie prümpftig sind, kann ich sie auch nicht rausschieben. Ja, ist schlecht. Ich tue mal die Eier in die rechte Kiste. Da tue ich auch einen Hasen rein. Ich bin am Lager vorbeigelaufen. Ja. Guck mal, ich musste nur wegrennen und wusste gar nicht, wohin. Und trotzdem, ich klauere die Meatballs hier. Ich tue deine, aber ich erst sie einfach mal. Ja, sie sind meine. Das ist ja neu. Jetzt habe ich auf der Siener Scheiß-Ei gegessen, statt dass es da nicht trinkt gegangen ist. Du hast jetzt damals also noch drei Eier, ja? Ja. Ich wissen ja, wo es neue gibt. Ich ernte mal jetzt Gemüse hier, dann stelle ich gleich neue Meatballs hier. Meatballs braucht man ein oder zwei Gemüse? Äh, ein Fleisch, drei Gemüse. Kannst du reinlegen. Ich habe schon Fleisch drin. Es geht aber auch zwei Fleisch und ein Gemüse, oder? Ja, aber ich finde, das ist so eine Mosel-Verspendung. Wieso? Das haben wir, denke ich, mehr genug als Gemüse-Moment. Und natürlich auch machen. Und Beeren oder sowas ist ja egal, was wir da machen. Hast du das neu eingefallen? Hast du da bei den beiden, oder? Bin gerade dabei. Da habe ich, da habe ich, da habe ich. Meinst du mal einen Topf an? Ah, müsste ich hier ein Mosel in Hand. Die Falle sei da woanders platziert worden. Jetzt kriege ich den auch nicht kaputt, den Mosel. Drops das? Ich muss mal eben den Mosel klein hacken. Da habe ich die Mühse wieder. Warum bist du deine Blume da? Da muss ich abhauen. Weil Abigail tot ist und damit Abigail wieder kommt, muss ich ja... Wie bist du tot? Was hast du getan? Der Vogel hat sich zerlegt. Hey. Ich habe meinen Stein gehackt, eine Vogel hat hier mal. Oh, der haut mein Stein. Ich muss da jetzt mal. Das ist ja heftig. Frechheit, ne? Fühl mich voll. Ich wollte droppen und nicht hier. Danke. Set Trap. Set Trap. Set Trap. Set Trap. Nein, nicht das Gras abwerben, das will ich jetzt gar nicht. Also morgens haben wir, glaube ich, echt genug. Wir können fast wieder trocknen Dinger aufbauen. Das können wir gehen, aber das muss ich auf jeden Fall noch machen. Wir müssen auch noch ein paar Farmputz machen. Woher wir eh keine Samen haben. Wir müssen noch mehr Samen kommen. Und im Winter nützen uns ja die Farmputz eh nichts. Das heißt, im Winter wäre es ganz gut, wenn wir alle Büsche hier oben noch mit Samen voll hätten, bevor der Winter anfängt. Dann haben wir übrigens für den Winter was. Verstehst du? Hast du schon kurz gegessen, oder? Ja. Was wollte ich denn jetzt? Warte, ich gucke. Warte, ich gucke mal das so. Ein Kühlschrank? Die auch schon schüttelt. Brauch mal Parts. Was brauchen wir da? Parts. Elektronik-Teile. Also die, wo diese Pferde oder was das sind, trim. Äh. Nein. Danke. Du musst weg. Haben wir ja noch irgendwo da. Jetzt hau halt diesen Baum kaputt. Ich hänge hier fest. Oh, disconnected. Das ist nicht so schön. Maybe for the best. Äh, ja. Was hast du da schon wieder vongemist? Rausliegen! Ja, da kommst du gleich wieder. Das versuche ich gerade. Das wäre ja schon schön, ne? Ähm, hier könnte ihre Werbung stehen. Auf meinem schönen, schwarzen Bildschirm. Hier habe ich einfach vom Server... Und ich frage mich noch, warum ich den Baum nicht abgehackt kriege, ne? Ja, das war abtisch. Ah, ja. Das habe ich so eingestellt. Wenn man auf dem Server fliegt, darf ich keinen Baum mehr abhallen. Hä? Oh, hier ist ein Glühwölmchen-Leuchte-Dings. Oder was auch immer. Ach, dann hier nichts. Was hast du? Ich habe hier schon rausgenommen und habe nichts Neues reingetan. Kann das sein? Bin ich so dumm? Hast du das rausgenommen? Bevor du geflogen bist? Alle diese Fragen sind Pelletwölk. Kann ich hier nicht stehen? Hm, hm, hm. Ich habe hier noch Gold, das tut mir mal weg. Was ist hier noch rein? Wir brauchen mehr Kisten, definitiv. Ja, ich wollte gerade bauen, aber mir reicht es heute schon wieder nicht mehr. Ja, was ist ja. Dann baue ich erst mal Steine für Zäune. Alles klar. Ich fahre mal unser ganzes Gras auf. Nicht, dass es uns mal irgendwann ausgeht. Man muss ja immer in Fallen denken. Aber haben wir schon ein Ding, die können wir ein Glühwölmchen-Köp angefangen. Da ist ein Glühwölmchen-Leuchte-Geil, ich habe kein Netz. Moment, wie macht man noch mal ein Netz? Du brauchst Spinnenseide, glaube ich. Und da ist links unter dem zweiten Schweinefeld, Steinefeld, waren auch noch mal Spinnennester. Ist egal, vielleicht nächste Runde. Ja. Links unter den zweiten, ja, hier schon so, aber habe ich gesehen. Vielleicht gleich nochmal auf Spinnennester zum Kippen gehen. Ach, gerne. Meatballs. Essen. Meatballs. Bleich. Hast du Meatballs rausgenommen wieder, ja, ne? Ich sehe, es ist schon wieder nichts drin, außer es war schon automatisch. Nein, ich habe keine rausgenommen. Hey, wo sind die denn? Oh, hast du alle Stöcke abgeerntet? Hast du einen Stock für mich? Ne, ich habe selber nur noch zwei. Ich brauche eine Schaufel. Ah, warte mal, doch hier, warte mal. Nein, kann ich dir gehen. Hier, schmeißen die hier. Außer, die habe ich gerne vorliegen, die müssen wir gleich wieder aufbauen. Oh, damit ändert ich das ganze Gras ab. Oh, das ist. I see. I see you when you get there. You when you get there. Das ist ein ganz altes Lied. Ganz altes Lied, ganz altes Lied. Oh, altes Lied. Oh, altes Lied, das ist fast so alt wie ich. Oh, mein fucking Gott. Nicht ganz alt. Eigentlich wollte ich mehr Farm-Pots bauen, ne? Das war der Plan. Warum habe ich es mir jetzt noch nicht gemacht? Was habe ich getan? Ach so, dann habe ich den Busch weggemacht, weil ich dann neu hinzusetzen wollte. Dann muss ich den Busch wieder neu anpflanzen und dann ist 1, B, 15, 3 und 4 gekommen. So. Improved Farm-Port. Kann ich hier noch zwei hinsetzen? Eigentlich müssen hier auch zwei hinsetzen. Zack, ich probiere das aus. Yay. Und nochmal einen. Komm, der muss doch, warum passt der nicht daneben? Was ist das für eine Scheiße? Gras oder was dazwischen? Nee. Das ist einfach ein bisschen weiter rechts und deswegen passt das mit der Mauer nicht mehr. Passt nicht mehr dahin. Das ärgert mich. Dann kommt das jetzt einfach hier oben hin. Oh, wir haben ein Viech hier drin. Töten wir es. Ist jetzt echt durch den dünn Zaun gelatscht. Na, hier oben ist auch noch eine große Wicke los. Ich brauche mehr Scheiße für den Poof Farm-Pots. Ah! Schreibe es dich an. Ja. Töte es. Ich fühle mich aus, als ob ich das könnte. Nein. Aber es gibt gute Bison-Mützen. Die Mauer muss, also in dem Moment. So, hier können wir noch einen Hasen reinpacken. Schmeiß gut. Hasen, Hasen, Hasen. Weed Balls. So, hier können wir uns anpflanzen. Zack, plant. Zack, plant. Und dann müssen wir die auch einmal düngen, ne? Glaube ich. Mhm. Und wenn du es ganz eilig hast, du gerade was Neues brauchst. Düngst ja was zweimal. Ja, ja, das ist weg. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Zehn Stück haben wir jetzt. Das sollte also schon... Wir könnten mehr von den Büschen gebrauchen. Das wäre ein bisschen mehr... Aua. Aua. Scheiße, mir versaut. Alter. Geh weg von mir. Wir haben vorher gekämpft genug. Deswegen muss ich das Video jetzt nicht angreifen. Geh doch einfach weg. Boah. Ich wollte mir gleich gegen die Spinnen anlegen gehen. Das mache ich aber jetzt mit 20 Leben mal nicht. Ne. Jetzt muss ich irgendwas haben, was gut Leben wieder gibt. Irgendwann machen. Wenn die eine Frucht wächst, kommt die nicht zu nahe. Meinst du die rote, die da oben ist? Äh, ja, genau. Zwei Stück davon haben wir. Das gibt ziemlich viel zurück. Ich brauche auch eins. Dann kochen wir zweimal das Ding. Drachenfrucht. Was müssen wir das kochen? Drachenfrucht. Ach, wie war denn das? Ja, das ist jetzt die Frage. Glaubst du, war das mit kein Fleisch? Also nur Gemüse und das. Es ist nicht mehr so lange her. Ich geh da nicht hin. Das Ding drückt mich um da. Das ist das große Riesenviech. Ich arbeite ja gerade dran hier. Den loszuwerden. Der ist ja nicht immer so böse. Vielleicht scheißt der ja direkt drauf. Keine Samen mehr, um das nachzupflanzen. Äh, ja, ich hab 10 Samen. In einem müsstest du mal nachzupflanzen. Da ist das nicht so böse. Mach ich gleich. Jetzt halte ich gerade noch mehr ab, weil das fliege gerade raus. Der läuft nämlich gerade hier so schön raus. Oh, ich hab einmal Samen. Geil. Ich baue nämlich hier schnell die Mauer zu, solange der da weg ist. Ich baue die Mauer zu. Ich baue die Mauer zu. Was? Oh, oh. Hat sich gehört? Hört jetzt nicht so an. Er hat gekackt. Ah, macht er auch so Geräusche? Ja, nee, der beißt hier auf. Ach so, übrigens bis zum nächsten Mal. Äh, tschüss. Tschüss.